Hey Leute, ja das Video von heute kommt leider erst morgen, weil es doch echt viel Material über den Tag geworden ist und ich eben erst nach Hause gekommen bin von unserem kleinen Autoausflug, den wir nach der Schule noch gemacht haben. Der hat dann doch länger gedauert als gedacht und deswegen schaffe ich das jetzt nicht mehr alles zu schneiden und hochzuladen, weil es einfach auch zu viel Filmmaterial ist und deswegen mache ich das alles morgen dann und lade es dann morgen Nachmittag hoch. Ich werde euch ja dann auf jeden Fall noch Bescheid sagen, also auf Facebook oder, ja, ihr seht ja dann, wenn es oben ist. Und ich kann es halt auch heute Abend nicht mehr machen, weil wir heute Abend halt noch als Stufe zusammen weggehen und, ja, so ein bisschen noch den Tag schön ausklingen lassen. Das werde ich aber nicht filmen, da das, ja, von uns stufenintern ist und auch so bleiben soll. Gut, dann könnt ihr euch morgen auf das Video freuen. Tschüss! 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 tsch! tsch!